Stimmt starten, los! Jaja, ich finde das auch so genial im Chat, ähm, Spiel... Ach, jetzt gar nicht. Cool. Das letzte Mal stand dann da, Spiel wird gestartet in 5, Spiel wird gestartet in 4. Alles als eins in der Text drin, ja. So bescheuert. Das ist wie bei... das standen einfach... Bei Walkrock früher. Leute, seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich? Jaaaa! Lauf zu klatschen. Ich will ne Trotflinten. Ich will keine Trotflinte. Alter, was ist ein Nahkampf? Ladevorgang live. Lauf! Jaaaa! Entspannnd! Oh wow, ich bin schon bei 10%! Entspannnd... So, dann geh ich ja sowieso erst mal gucken, was bei dem... wenn die Raptoren da vorne abläuft. Wir hätten das so scheiße lange. Die Raptoren, oder die Zombie? Ja, ich hab die Links noch nebenbei jetzt. Mach halt gleich mit Global Offensive weiter. So, Ruhe, Intro. Intro! Hey! Komm zurück! Komm zur... Ach, der kommt doch nicht zurück! Hier, warte, ich hab Minecraft Waffen, hab ich... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich wollt die Axt! Dann nimm die Axt! Ich hab die Minecraft Axt! Ist das bescheuert? Nee, nee! Und die Zombies sind alle aus Minecraft! Ich hab Minecraft... Ich hab Minecraft Zombies! Hier, wenn du die zwei immer nimmst... Gibt's kein Ziel? Es gibt doch ein Fadenkreuz! Nein, und Zielen gibt's nicht, egal mit welcher Waffe! Doch, außer, es gibt noch einen Sniper! So, hat jeder sein Medikit-Drick genommen! Sehr schön! Ja! Kann man echt nur zwei Waffen haben? Du kannst ne Sekundärwaffe haben und ne Hauptwaffe haben! Entweder hast du ne Pistole oder ne Nachkampfwaffe! Na, äh... Er hat jetzt die Pistole, aber die Axten halt nicht! Ich hab halt kein Käftgeschäft! Ja, ist richtig! So, aber... Schiff ist jetzt Schleichen? Okay! Äh... Steuerung! Steuerung ist Kriechen! Das kann... Hunter! 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 Ja, war nur... Sehr schön! Genau in dem, wo ich am Nachlagen war! Ah, und bitte nicht auf die Verbündeten schießen! Ja, das schießen kann ein bisschen! Das erste Mal, dass meine DPS-Planze an meiner Maus auch Sinn macht! Alter, wo kommst du denn her? Trouble Bronco? Mit Schmattereien gespawnt? Oh Gott! Weißt du? Aber wie hieß das Ding gleich? Okay, genau! Boah, das laggt aber! Ich würd grad sagen! Ein Charger! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Oh, Captain's Sieg! Dann hat die auch die Home-Assault! Oh, fuck! Ja, ich hab den Charter gefiltert! Nice one! Boah! Wer sich die ganze Zeit noch rumkrebsen, ja? Und wer kriegt den Kill? Ja! Meine Fresse! Äh... Ich muss mal fixen die Mausempfindlichkeit hochstellen! Das kotzt mich jedes Mal an! Oder? Das ist so ein bisschen... Ja, ja, ich muss auch! Ist übelst langsam! So, Maus! Können wir praktiziert! Drohdatennutzung! Gummios! So, ist schon besser! Nein! Äh, hier kommt noch was Großes! Ach, die Mist! Oh, jetzt hab ich sie so hoch! Oh, scheiße! Können wir bitte zusammenbleiben? Warum hast du zwei Waffen in der Hand? Weil du die Pistole zweimal nehmen kannst! Das ist Christiane da vorne wegrennt! Wie? Christiane, kommst du bitte zurück? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Du hättest die Pistole zweimal nehmen können! Du hättest die Pistole zweimal nehmen können! Wie geht denn das? Du hättest die Pistole zweimal nehmen können! Wie geht denn das? Achso, nice! War keine Pistole mehr da? Doch! Doch! Ah, jetzt! Ah, ja! Danke! Also, die, du kannst alles ein bisschen unter sich locken! Was denn? Ich bin doch hier vorne einfach nur! Hier geht's weiter! Wo ich bin! Vorsicht! Wir sind gerade in der Zombie-Welle! Alter! Der ganze Raum hier! Der Flur ist voll! Der Flur ist voll! Wenn ihr nachlädt, ist es ratsam, Kuh zu drücken! Dann stoßt ihr die Leute zurück! Ah, okay! Gut! Beim Nachladen ganz praktisch! Also? Oh, hier liegt auch schon eine Aline irgendwo! Äh, ja! Oh, jetzt leckt das wieder so Scheiße! Oh, eine Kacke! Und da unten sind die ganzen Zombies! Gewesen! Hier ist nen... Anter! Gewesen! Ja, wenn es hier wieder so Wellen kommt, wer sei... Hast du noch deine... deine... Kettensäge? Kettensäge? Kettensäge ist Adler! Ah, okay! Zur Seite! Wow, 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 wow! Was ist das denn? Das ist nen Charger! Der drückt die Hande auf! Okay! Sehr schön! Wann? Wissin ducken! Achso! Hat sich erledigt! Ja, danke! Lade nach! Okay... Da ist einer hinterm Feuer! Vorsicht! Ja, das war gut! Danke, danke, danke! Branko! Ne, war gar nicht Branko! Wieso spielt Branko nicht den Schwarzen? Weißes, sorry! Oh, Mann! Hier ist noch ne Nackermwaffe, wenn jemand möchte! Ja! Wir können hier auch zu Tode kloppen mit Kuh! Ja, mit rechts! Das dauert, aber... So, hier ist Adrenalin! Ja, gewesen! Äh, ein... Ah, so ist es! Ja, super! So ein Creeper, bei mir! Lade nach! Hier ist ne Welle, stellt euch in den Gang, schießen! Einfach schießen! Was? Was ist das? Warum? Boah! Kacke! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh, shit! Äh... Jockey! Unschaujockey! Fört mich! Ja, ja, schon dabei! Hab ihn! Ein Smoker hat jemanden! Ja! Äh, Leute! Ja, wir sind dabei, wir sind auf der Weg! Okay! Oh Mann, bei mir ist der Herbert der Pervert! Lade nach! Boah, shit! Äh, ich glaub... Die Knarre ist nicht so gut! Heil dich, geh auf das... Ich bin Herbert der Pervert! Ne! Ja, also du solltest da hinten was... Ja, genau! Okay! Wir warten mal kurz noch auf Franco! Ja, ich... Ich hatte die Magnum, die war nicht so gut! Die Magnum ist gut! Ja, aber... Ja, aber... Ja, ich spawn lieber Gegner voll mit dem... Mit den... Kugeln! Okay! Lämmen! So, dann da rein! Scheiße, Mann! Was ein Albtraum! Beschissene Zombie-Apokalypse! Scheiße, Mann! Scheiße! Was machen wir jetzt? Durch Blut, Kleiner! Wir haben die Blut, Kleiner! Wir haben die Blut, Kleiner! Wir haben die Blut, Kleiner! Erbes! Erbes! Mach ein paar Screenshots von... ... und Herzabuch! Was eben echt gut, Ro! So, jetzt müssen wir hier aufpassen! Es kommen Zombie-Wellen und jetzt schnell durch, weil überall Feuer und Rauch und wir nehmen davon Schaden! Klar! Okay! Und los geht's! Kampf und wir müssen uns jetzt im Schutzraum durch... ...durchschlagen! Einfach laufen! Ja! Gut! Da ist noch ein Maschinengewehr, das wir noch mitnehmen! Bleib bei der Pistole! Bitte nicht auf mich schießen! Nee, nee! Du stehst auf dem Weg! Ich weiß! Ja! Es ist einfach mir und daher! Ja! Nee! Ich stehe schon durch! Nicht in die... Nicht in die Däure laufen! Na, verdammt! Das habt ihr nicht verstanden! Wir müssen am Feuer vorbei! Wartet! So ist er... Gut, bin hinter euch! Ja! So, und jetzt hier rein und jetzt muss ich nur noch zum Ende... ... des Saals und jetzt nicht um die Zombies kümmern, einfach nur noch in das Ding rein! Fuck! Ja! Okay, jetzt vielleicht auch mal um den Zombie kümmern! Danke! Und ab und in das Ding rein! Ja! Verdammt! Komm, komm, komm! Alles kommt schon! Zack! Halt von! Gut! Bau! Boah, Mann! Hauzer! 20, 94, 83... Okay, wenn man die ganze Zeit mit Kettensäger rumläuft... ...und alleine spielt... ...Christian! Ah, okay, gut! Bin nicht hängen geblieben in das Spiel, sehr schön! So! Echt? Ich hab zwei super infizierte gezählt! Teil mich mal selber und nehm mir denn ein neues Medikett, ne? Ihr seid schon alle im Spiel? What? Warum bin ich das nicht? Weißt du, ich bin Horst oder? Ich bin der Horst und der letzten Spiel... ...und scheiße! Das vierten von denen ist so geil! Wollen wir einen Devi? Gibt's was gutes? Schrotflinte! Wenn du mitnehmen kannst, ja! Schrotflinte! Dann nehm ich ihn mit! Haben alle Medikett? Ja! Ich nicht! Ja! Aber... Will ich noch eins! Ich hab einen Devi! Perfekt! Defi brauchen wir, wenn jemand stirbt! Ja, ja, ich will's! Probierst du mal diese Schotten? Ich hab ne Schrotflinte! So, hier ist ne Blumorkotze! Die Blumorkotze, äh... Wenn du die schmeißt, versammeln sich alle an diesem Punkt, wo sie sie geschmissen hast! Das ist ein Riegelchen! Alle nach! Ach, das ist ne Witch! Wow, Witch! Keine Witch, Alter! Das ist ein Nünchen! Mein Gott, das ist ein Nünchen! Ah, nein! Ich bin dabei! Ach, das ist ein Nünchen! Mann, hab mir so viel Spaß ran! Moment, Moment, Moment! Warte, Moment, Moment! aka wirst du ich gucke noch ein Ja, ob da noch was Gutes drinne ist. Ich hab nur Boomer-Kotze. Die hat jeder von uns. Wir sollten die langsamer benutzen. So. Du meinst benutzen? Vorsicht Robin! So, jetzt ist die Boomer-Kotze da unten und jetzt kommen die alle genau da angerannt. Das heißt, man kann sich jetzt nicht einfach hier hinstellen. Fuck, das ist ein Jockey. Danke. Okay. Ja, den ab! Oh! Hinter uns ist... Lade nach! Amt er? Ja. Ja, ist alles tot. So, die hinten ist Adrenalin-Kick. Ne, ne Rohrbombe. Nehm ich mal mit. Rohrbombe hat natürlich, die ist cool. Ja, kommt was Großes. Warte. Oh Mann, ich will auch einen töten. Gitter. Ah, fucker. Entschuldigung. Toll Mann, jetzt spucken die uns noch voll. Was ist das Ätzende? Oh. Gehen schriff. Und was ist das bei dir? Lade nach! Boom! Was ist denn hier? Vorsicht, nicht ins Feuer, ne? Ja, ja. Selbst erklärt. Ja, klar. Zack, ey. Hier hinten im Lusters manchmal auch noch was drinne. Ja, also wer einen Shotgun möchte. Ist da ein Muni oder sowas? Leider nein. Boah, eine Shotgun. That's a paddling. Nein, Jockey auf mir, bitte töten. Okay. Hm, Fettzeit. Vorsicht! Jo. Schon tot. Ähm, ja. Hunter. Goll. Ach, das ist ein Hunter? Ja. Lade nach! Das Sechen hat mich auch gar ein komplettes Magazin gekostet, die Scheiße. Irgendwie so ein Glubber ist das. Ich schütze mich gleich oben. Okay, oben. Vorsicht. Lade! Franco. Lade! Ja, Pillen! Ja, Pillen! Adrenalinschuss! Adrenalinschuss. Lade da! Was bringt denn Adrenalin? Adrenalin, da wüsste kurzzeitig alles schneller. Aber, also es ist halt nur kurzzeitig. Nehm mir einen Schuss! Ja. Ja, und da siehst du ja jetzt unten links, äh, Christian hat gerade jetzt, äh, Schmerzmittel genommen. Ja. Und jetzt hat er Brandgeschosse aufgenommen. Das heißt, er legt die jetzt hier hin. Und dann, das heißt, ihr habt ein komplettes Magazin mit langen Brandmunition. Das heißt, nur ein Magazin. Katana! Und das kann man sich natürlich dann auch sparen. Das ist ganz wichtig. Und hier, das ist Munition. Ja, das können wir sicher brauchen. Lohnt sich's ein Sniper überhaupt in dem Spiel? Es lohnt sich, ja. Wir machen ziemlich viel Schaden. Und wie gesagt, die Feuermunition spart ihr euch auf. Die hat Christian halt drüben in dem Dienst. Hab hier irgendwas auf mit auf? Ne Spinne. Oh, was ist das so Spinne jetzt? Okay, ich bin unten. Ja. Habt ihr euch die Feuermunition genommen? Ja. Lade nach! Ne? Und hier nicht ein... Hier... Franco. Da. Ne, ich hol mir. Denk dran, ne? Hol mir lieber die Schrotflinte. Achso. Ja, und wie gesagt, nur ein Magazin. Nicht verschwenden. Was ist das mit dem... Hm? Ich hab ein Dings. Ein Benzinkanister. Ja, den kannst du tragen, denn der explodiert, wenn du drauf schießt. So, und die Feuermunition würde ich aufwarnen, bis es wirklich was Böses, Gemeines kommt. Also, es gibt noch einen besonderen Infizierten, den wir noch nicht getroffen haben. Und bei denen lohnt sich dann die Feuermunition. Das heißt wirklich warten. Bitte. Ja. Ja. Ah, das klingt... Da ist er schon. Da ist er schon. Wir müssen davor, wir müssen davor. Hier. Über dieses Länge springen. Ach ja, der Tank. Da ist er, ja. Der Tank, genau. Gott. Bin ich. So, dafür lohnt sich jetzt die Feuermunition. Für den Tank. Und tot. Heiß. Heiß. Oh, scheiße. Okay. Jetzt brauche ich ein richtiges Starkhausmittel. Recht, danke. Ich bin. 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 So. Und dann kann ich das letzte noch nehmen. Gut. Sehr gut. Dann nehme ich noch das Adrenalinzeug mit und dann können wir weiter. Wartet mal, was ist das hier für eine Knarre? Ist schon ein Laservisier überhaupt. Ich glaube Leute bleiben einfach nebenher. Also hier für euch noch ein Laservisier. So. Jetzt haben wir. Hab ich die Spaß mit Feuermunition. Und du kriegst so schnell den Tank runter, das ist echt faszinierend. Wir müssen halt nur gut treffen. So. Hä, wo ist die Magnum? Hier ist ein Magnum. Seht euch das mal an. Ich will mein Schwert So, hab ich noch irgendwas übersehen hier? Ach ja, die Sache Ja, ist gut, wir müssen also jetzt Cola aus dem Einkaufszentrum holen und dem Typen bringen Auf geht's Oben lang und unten? Ja, da wo ich stehe So, pass mal auf, geradezu ist der Einkaufsladen, da müssen wir rein, Cola holen und hier ist die Klappe dazu, wo wir es dann reinlegen müssen Das heißt, es muss einen Deppen geben, dass das Ding trägt und drei andere, die ihn beschützen Ich trage Okay Moment, den Weg, okay Hier rum, die Leiter, die Treppe Über den Parkplatz und dann links rüber, okay? Ja Hier ist halt dann komplett außen rum Weiß ich Bescheid Ich kann, ach nicht Ich hab Notfalls auch noch einmal Boomer-Kotze So, damit muss man sie ablenken Genau, damit kann man sie ablenken, genau Sie kommen! Ich halte erstmal von draußen Deckung Hier ist noch ein Katana Rennst erstmal nach hinten und holt euch die Cola Ich versuche erstmal die größten hier abzuhalten Hast du? Nimm, 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 nimm Achter Los, 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 los Ich bin auf dem Weg Right behind you Ich komme Vorsicht, da greift mich schon einige an Scheiße, Char Char Wenn nicht, wenn nicht, wenn nicht, wenn nicht Dann ja Mal gut, du rauskilst Jo, danke Lauf, lauf, lauf Lauf, lauf, lauf Lauf, lauf Alle da? Mhm, ich bin da Neuer Treppe Jo, ich bin hinter dir Also bisschen weiter weg Aber ich bin da Robin, wo auch du? Und an der Tür. Gut. Da oben ist ein... Hm, okay. Schutzerzug. Okay, runter und runter. Jetzt müssen wir nur noch da drüber zum Schutzraum. Das heißt, wir müssen jetzt eher mehr durchrennen, als alles hier killen, was kommt. Yo. Kann man das Nachladen unterbrechen? Äh, ja. Ja, zum Beispiel Krieg. Oder Reckleck. Hör mal auf. Lade nach. Ja, das ist ein Jockey irgendwo. Hm, ich bin. Schau, wir kommen so an. Aber in Schutzraum. Ja. Ja. Bleibt euch. Bleibt euch. Bleibt euch. Bleibt euch. Bleibt euch. Bleibt euch. Alle rein hier. Alle rein hier. Fangen an euch, Tartel zum Öl. Ja, meiste Schaden. Und ich dachte, ich werde besser. Ja, null mit Schaden. Aber ich habe es auch gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Die war schon tot, als ich ankam. Ja, naja, ich habe halt drauf geballert und dann kriegst du dann wegge-nubed. Nuked. Ja, so. Na, wie geht's? Defi ab, ja. Nehmen den Defi, will auch mit. Ich heile mich nochmal selber. So, haben sich alle geheilt, die sich heilen müssen. Und haben wohl alle ein Ding mit. Jawohl. Christian, was mit dir? Ich kann sie nur heilen. Fries. Okay, Christian. Christian ist einfach. Ist ihm scheiße, scheißegal. Einfach scheißegal. Entschuldigung. Und nicht mit Absicht. Fah, kein Ding. Nur Katana-Mode. Fang doch nach oben. Ich muss an der Seite. Noch nicht. Aufpassen. Du hast auf mich geschossen. Seht euch das mal an. Ich muss nachladen. Hier war doch ein Starter. Alles okay, Kevin? Jaja, läuft. Nein. Ich bin direkt hinter dir. Ah, scheiße. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen weiter. Ich bin direkt hinter dir. Ich lade! Okay, danke. Das muss klappen. Christian! Ich hab die Tabletten! Ah, okay. Ich will das Spiel nicht zum ersten Mal. Ich glaub, ich hab mehr Stunden als du. Geht's doch los. Dafür muss mein Penis länger. Ich wollte grad sagen, mein Spanns ist guter als deiner. Ich geh nicht zu mehr. Ja klar, da oben. Hier, genau. Ah, ein Jockey. Ich bin hier langsam wieder runter. Runter und dann rüber. Das ist irgendwie... Da kommt die Treppe hoch. Ah. Ja! Ich hab ihn getötet. Nein! Ah! 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 Der los! Lade nach! Ich geb' noch nicht auf! Ich mach hier, genau. Bitte? Lade nach! Hier sind Gewehre! Ah! Nein! Ich! Gerade nach! Danke! Hint! Vorsicht! Hint! Aufpassen! Adrenalinschuss! Gerade nach! Wohhh! Wohh, wohhoh, wohhh! Ah,��h, wohhh! Wohhh! Ich mach die Musik nicht, gleich gehts wieder los. Ich hoffe auch keine Musik. Ich mach doch jetzt, oder? Dieser dramatische Tusch, ja. Alter. Hier ist noch ein Katana. Oh Mist, Joki. Ah, ich weiß was aber. Oh, oh ja. Ah. Einen Schuss noch. Das kommt mir an. Das war ich. Ja ich weiß. Noch leppig, gerade Nacht. Oh Lang. Frag ich mich hier ehrlich gesagt jedes Mal. Verööngen mich jedes Mal hier auch. Ja. Spätestens ab dem Punkt hier bin ich echt aufgeschmissen. Ach hier. Ja, ja, ja. Boah ey. Das ist sinnlos, das ist so sinnlos. Ja, alle anderen sind echt übersichtlich gestaltet. Da findet man irgendwann einen Weg. Aber hier... Nein. 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 Wir haben ihn doch platt gemacht. Hier irgendwas. Katana. Katana. Ey, das Katana ist echt geil. Was haben wir hier hinten noch? Ach so. Hier sind wir uns raus. Hiper? Ah, was, 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 was. Das ist ein Schnauberein. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Danke. Da kommt noch ein Jockey. Ja, das ist richtig große Scheiße, das Ganze. Hups, die war schon tot. Der ganze Flur ist voll. Oh, komm schon. Hier ist noch irgendwo was. Aber ich kann noch nicht sagen was. Lade nach! Oh, nein, 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 nein. Oh nein, wo ist mein Dörd? So. Also, jetzt so schnell wie möglich nach oben, ne? Kann ich mich noch mal vorher einmal hin? Ja, klar. Wartet mal noch kurz. Ich muss mich heilen. Oh, das tut gut. Ah, scheiß, das ist ein Schockey, ey. Mit dem... damit kümmere ich mich gleich. Oh, nee, du bist ja gar keiner. Hm. Oh, wo kommt der denn her? What? Nein. Jo. Ich höre mich an dich, Robin. Ja. Ich höre mich an dich, Robin. Was. Und ab nach oben. Versucht euch weniger um die Zombies zu kommen, sondern nur wirklich nach oben zu kommen. Dass der Alarm abgestört wird. Na eins. Hört. Den Alarm aus! o empresa LilWith Fo Okay, ich losomi spätestens. Es ist eure Hilfe. Oder du wegst? Und dann tut er der. Alter. Aber er hat den Link an ihn gestellt. Kacke! Puh. Ich glaub wie das Blut hier überall rum gespritzt ist. Ja, das Katana ist schön. Das ist sogar noch Low-Violent, ja. So. Unschlüssig. Spaß oder Stromgewehr. Stromgewehr. Achtung! Hm. Boah, verdammt. Mein Nigger Kopfhörer ist ausgestiegen. Äh, okay. Hier ist ein Hunter, lasst euch nicht verbissen. Nein, Boomer! Und ein Hunter. Genug. Ah, das klingt wie ein Hunter, wie eine Kacke. Powerbanker! Boah. So, ich muss euch hier aushalten. So, das Ewa-Fu-Jungs-Zentrum. Und um uns rum sind nur Zombies. Das Gute daran, wir werden wohl alle verretten. Auf der anderen Seite. Wenn Shepard das sagt. Ach, da ist er endlich, Gott sei Dank. Boah, Lockheisi! Hier, immer noch mehr gefüttelt als Coch. Hier, immer noch mehr weinen. Sweet, sweet victory... Oh Mann, dieses Spiel ist so tot gemordet. Aber du kannst sie auch ausmachen? Ja! Das musst ich erstmal raus aus der Lobby. Da habe ich kein Bock drauf, dann bin sie faul zu. Hahaha Du rennst schon wieder vor? Hahaha Ah so So ich hab weiter in den Nefi Ich muss nur auf Klo In real life? Oh ja Gut, bin fertig Gut, da drinnen noch Laser oder die Dinge? Ne Ne, die gibt's... Ne Naja, ist nicht schlimm Oh ne Oh, wo kommen die nicht mehr? Oh ne, ich will gleich mal noch mehr Waffen Alter, 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 Alter Ne Die anderen weg Oh, warte mal ist es Warte, geht nicht so schnell weg, ich muss... Oh, Boomer Oh, doch Oh, da wurde jemand gekotzt Hilfe, Hilfe, Hilfe Ich bin bei dir, Kevin Ja, Alter, Alter, was, 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 was? Kommt ihr da einfach her? Danke Okay Gerne doch Na ja, aus, aus Ja, dafür lässt du mich jetzt allein, ich finde das ist fair Ach so, ich dachte du bist ja Du bist doch auf Freiloft noch Ja, das passt schon, ich meine, du bist doch in Sicherheit Ja, oben Ach, das ist das mit dem... mit dem Autofillen, ne? Da ist's für mich So, komm, die Tür zu Den kommst du nicht raus, ach Okay, hinten ist sicher Haben wir den Fahrstuhl? Bitte Hm, Franko ist letztlich nicht so einfach sagen, dass hier etwas sicher ist, weil die spawnen immer wieder neu Ja, aber es war trotzdem gerade sicher. Ach, geisch. Scheiß, Alter. Es wäre einfacher, wenn wir zuerst immer die ganzen Kanister hintragen zum Auto und vor dem Auto hinschmeißen. Ja. Was? Global Fensive ist schon fertig. Was up? Also, Benzin sammeln und... Wie schmeiß ich weg? Wir brauchen Benzin! E. E, ja. Du kannst auch... ja... ...mit den Link beim Austauschen. Das einzige, wir dürfen... wir müssen aufpassen, dass es dann nicht drauf schießen. Uuuuuh, schau, 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 schau! Hilfe! Leute? Leute? Ach, stimmt. Heel. Was? Oh, fuck. Oh, danke. Nur hier in der Mitte, in diesem neuen Kiosk, sind auch alles lebensnotwendiger. Ich kriege mir die Kisze, sowas. Na, sehr gut. Na ja, noch komm ich klar. Gott. Ich habe die Tür losgebrochen. Schlecht. Brauchst du Hilfe, oder? Ja, ist okay. War nicht so, dass es um... Oh, lag. Oh, mega lag. Leider wird jetzt. Ja, verdammt. Scheiße, Schock, oder? Komm, ja, ich... Leckst du euch auch gerade so, oder ist es bei mir? Moment, jetzt geht wieder. Oh, toll, Sackgasse. Mega Sackgasse, also komm. Na ja, ich habe den Boomer direkt neben den Dingern erschossen. Achso, achso, leih, ich bin ja gar nicht wunderschön. Ich war immer noch bei Dingern. Ich sag, wir spielen auf Borderlands. Zombies könnenst du nicht. Zombies können wenigstens überleben, was kannst du? Atmen. Ich bin höchstwahrscheinlich Zombies auch. Tskatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Das ist da oben nimm's Kerl, ha? Oh, Hilfe! Hunter, Hunter, Hunter! Hilfe, Leute, Leute, Leute! Okay. Oh, kommt schon. Charger. Nee, Tank ist das. Ich bin down. Ja. Wo ist er denn? Da! Ja. Gott, er ist ermutig. Ja, er ist tot. Ja, ja, er ist tot. Ich helfe noch, die hier hoch. Ausnahmsweise. Na! Hunter. Hier. So, wollen wir langsam mal aufbellen? Ich glaube, da kommt schon so drei, die hier rumliegen. Bleibt nicht. Langsam muss das funktionieren. Heil mich mal schnell. Was? Ja, okay. Ich. Ich. Ein Teil, ist das. Ich. 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 Und rein, ne? Shit. Jetzt bin ich doch gar nicht. Ah, gut, gut, gut. Boah, ey! Äh, wo fehlen uns denn noch? Ach, da oben drin. Da oben, weiß ich. Hier oben, rechts drin. Gut. Ah, da wohl. Da oben. Da oben. Da. Habt ihr? Ach. Hä? Lösch. Ey, was? Ich hatte einen Slime-Trip. Ich bin da innen. Ah! Boah. Nein, wo kommt der Zähne? Ah, parah. Wo sind die Slime? Nein. Innotiert, Kevin. Äh, ne. Christian. Ich hasse solche Musik. Ich bin nicht verlaufen. Ich bin nicht verlaufen. Was ab? Da, ne, da! Da ist runter. Komm, 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 komm. Ah! Ah! 程 worse! Er hat, mich hat ein Schlager. Alle! Es ist ja alle! Mann! Mein Sch defensifel – Dang. Kann ich aufschieben – Mann! Kann ich sie auch? Ja, así. Track simultane. Du wolltest den Tank auch noch passen? Oh man... Aber wo ging's denn hier hoch? Äh, warte, ich glaube ich hab mich noch... Ah scheiße, der Tank hat mich in die Ecke getrieben Wollt in den Sack, aber ich seh durch Ah man! Guck mal! Ah scheiße! Oh... Ich auch nicht... Äh... Schießt einfach mal nach, dass ich kein von euch treffe Kommen wir in der Tank schon wieder Es kommen vier Tank schon gefällt Ich bin mir... Irgendwelche hochgegangen Okay... Oh nein! Kann ich glaube nicht hinterher, da ist alles wieder... Nee, nein nein nein... Oh und auch noch... Scheiße, geil Ging's denn hoch? Ja Ich weiß es nie... Oh, das ist doch dann... Von allen Etagen... Mit der Axt, ich hasse diese Stelle, ey... Ja, nicht... Ja, tut gut... Ja, tut gut... Lade ihn ab! Wie das? Gott... Der ist echt schon mal... Scheiße, die nächste Bälle und das ist war unten nicht... Ich bin mit dieser... Okay, ich halte mich noch fix... Oh nein... Oh nein... Alles gut, alles gut... So, jo, Marco... In rechts, Kevin! Boah, fuck, Alter... Wo kam der denn jetzt her? Boah, fuck, ey! Ich kann... Kacke... Los... Bin gleich down... Kann ich mal... Hier oben geht's dann... Hätte ich auch drauf kommen können... Ganz oben... Scheiße, Hand rein... Gut, danke... Ne... Fuck... Doch nicht... Ne... Irgendwie... Ja... Fangen wir nur... Schmerz mir nicht mit... Ja, noch eins höher... Warte, ich bin gleich da... Kann mich hier und... Ah, kacke... Scheiße... Wieso kommt genau bei mir jetzt hier eine Welle raus? Gesamte Axt... Hunter, oh Gott... Wir müssen Hunter... Ja, andere Seite... Mann... Was ist hinter dir, Kevin? Schau mir... Bin da... Wutz dem Teufel, geht's hier hoch! Muss heilen... Krap... Schade... Klapp's... Schmeiß es runter... Oh... Scheiße... Vorsicht, Tank, Kevin! Oh nein... Oh nein... Oh nein... Jungs, das ist unten drin... Gut... Nein, laden, 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 laden... Oh Gott, oh Gott, oh Gott... Also stimmt, aber man kann ja so lange prügeln, bis man nachgeladen hat... Mh... Mh... Jetzt stirb... Doch... Hab ich ihn geglückt? Ich glaube... Ja... Scheiße... Oh... Runter, schnell... Nachtanken und dann raus hier... Ja... Habt ihr es? Ja... Jetzt schon... Sehr gut... Komm runter... Oha... Ich glaube erneut... Boah... Was zum Feutel... Du hast den... Wer hatte den... Okay, fertig... Äh... Wer hatte doch irgendwo... Der lag doch vorhin hier rum... Ja... Wo ist der hin? Ja... Ach der liegt noch hier rum... Ja... Tötet es... Okay, wo liegt nun eigentlich... Will den nicht sehen... Äh... Einer muss mal hier... Ich hab den Defi... Aber ich weiß noch... Nein... Haben wir einen... Da gibt Zombies von mir neben... Also... Tod... Äh... Rechts vom Auto... Von dir aus jetzt... Nein... Reinführen bitte... Nach links und dann raus... Ein hier... Uiuiuiuiuiui... Bisher auskommt... Und ihr kriegt alle noch... Das Ghost of Christmas... Das liegt daran, dass... Yay... War schön mit dir... War schön mit dir... War schön... Ich verstorben... Coole Fälle... Feiner... Yay, das bin ich... Wir haben jetzt eins... Ui... Wo ist der Stand? Wo ist das Kino? Uuuuuh... Nachkampf hier... 208... Ich bin ja nur mit dem scheiß Katana... Alter... Fumas hier... Hörspotzen... Dafür nur Smoker... Ein Spitter... Wenigster Schaden erlitten... Genau Brank... Genau 1000... Ja dann war ich tot... Am wenigsten verbündet... Bestimmt... Oh, ich habe genau 18... Yeah... Ich hab die Witch gestört... Genauigkeit... Ach... Genau, wir wollen der Zweite... Ne, ich hab... Null... Ey... Zweite Meister Kopfschlöse... Ja... Ich hab's voll drauf... 1500 Zombies wurden verletzt...